2004 und 2005, das nächste Finale, 50 Meter Freistil, der Jahrgänge 2004 und 2005. Yeah, come on! In Lane 0, representing Kyrgyzstan, Elisaveta Rogonikova. In Lane 1, representing SG Neukölln-Bedin and Germany, Marlene Planke. In Lane 2, representing the Czech Republic, Viktori Moskova. In Lane 3, representing Germany, Joëlle Marie Meyer. In Lane 4, representing Serbia, Jana Markovic. In Lane 5, representing Estonia, Britta Ranamec. In Lane 6, representing Germany, Elisa Rosenheinrich. In Lane 7, representing Germany, Josefine Müller. In Lane 8, also representing Germany, Viviane Wippa. And last but not least, in Lane 9, representing Germany, Liddy Schurz. In Lane 5,inken Brazil. In Lane 9, Friend Yammer. In Lane 9, next BIGöyle. Es ist eine sehr knappe Riggs. Die schnellste Zeit in dieser Session mit 29.36 Uhr war Jana Makowitsch. Aber jetzt sind wir in den letzten Metern und es sieht aus, dass der Schwimmer in Nummer 4, Jana Makowitsch, ist zu bekommen in dieser Saison und die Zeit ist endlich 28.5 Sekunden. Ladies and gentlemen, coming up, the next final 50 Meter Freestyle Women, H-Group 2002 and 2003. In Line 0, representing Finland, auf der Bahn 0 sehen wir Emily Pernanen. In Line 1, representing Aserbaidschan, auf der Bahn 1, Fatima Alkaramova. In Line 2, representing Germany, aus Deutschland, auf der Bahn 2, Maxi Ross. In Line 3, representing Germany, ebenfalls aus Deutschland, auf der Bahn 3, Anne Helen Schulz. In Line 4, representing Romania, auf der Bahn 4, Anna Julia Daskal. In Line 5, representing Greece, auf der Bahn 5 sehen wir Nicoletta Mergari. In Line 6, representing Germany, aus Deutschland, auf der Bahn 6, Lilo Firkacz. In Line 7, representing Germany, auf der Bahn 7, aus Deutschland, Henriette Freyer. In Line 8, representing Norway, auf der Bahn 8 sehen wir Katie Patterson. Und in Line 9, representing Egypt, auf der Bahn 9, aus Ägypten, sei mal Yasa Hasadzaki. So, wir beginnen jetzt. And first, all at the same level, but a little bit in the front. In Line 4, Anna Julia Daskal, from Romania. Let's look who has the fastest time in this morning session. Yes, it was also Anna Julia Daskal, with the 27.10. Oh, second, yes, in the last meter, it's going Yana Julia Daskal, with the 26.68 seconds. And now, ladies and gentlemen, we are going to see the 50 Meter Freestyle Women Final, Age of 2000 and 2001. Als nächstes sehen wir das 50 Meter Freestyle Frauen Finale der Jahrgänge 2000 und 2001. In Line 0, representing Sweden, auf der Bahn 0, Hilmar Ramden. In Line 0, representing Sweden, auf der Bahn 0, Hilmar Ramden. In Line 0, representing Norway, auf der Bahn 1, Christine Bielwag Braten. In Line 0, representing Germany, auf der Bahn 2, für Deutschland, Miriam Schulze. In Line 0, in Line 0, Magda. In Line 0, in Line 0, representing Germany, auf der Bahn 4, sehen wir barbara semanova in lay number five representing germany auf der bahn von für deutschland alexandra als in lay number six representing germany auf der wahl sechs julien in lay number seven representing hongary auf der wahl sieben citta bosonny in lay number eight representing finland auf der wahl acht sehen wir gleich wieder kanker und lay number nine representing hongary auf der wahl 9 vor marina baliza so now let's have a look at the race of forces is a member of the european games in 2015 from the sk motelette bra is leading babbara seman over the field let's have look at the time is a twenty five point nine one second and unfortunately there will be one correction for the last final which was the the final 50 meters freestyle at the age group oh two and oh three because in this run the lane number four anna julia daska was disqualified because of starting before the starting signal time of the announcement is five oh one and now ladies and gentlemen the final 50 meter freestyle women age group 1990 and older das finale 50 meter freistil der frauen im jahrgang 1999 und älter in line zero we will see for germany für deutschland die zweite bei den deutschen jahrgangsmeisterschaften 2014 antonia haupt in lane number one representing luxemburg she got the sixth place of the european championships in 2013 auf der mann eins juli meinen in lane number two representing denmark auf der mann zwei christina thompson in lane number three representing great britain auf der mann drei sehen wir rebecca goy in lane number four representing norway auf der mann vier suzanne björnsen in lane number five representing belarus auf der mann fünf nastasia kakuskaya lane six representing lithonia auf der mann sechs gabrile nikitina lane seven representing lithonia auf der mann sieben sehen wir diana jauskavitschute lane eight representing great britain auf der mann acht startet jessica leute lane number nine representing sweden auf der mann neun ronja wickström antonia 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 Wir sind jetzt auf den 50m, es ist sehr schwer zu bekommen, das Meet-Rekord war von Dorothea Brandt von SG Neukölln, mit 24.91 Sekunden. Aber wir schauen uns mal, wer ist in der Front. Es ist in der Nr. 4, Susanne Björnsen von Norwegen. Okay, now in the last meters, but a very, very rough Tags. Let's have a look, wer ist in der Rekord, es ist Susanne Björnsen, mit 25.71 Sekunden. Siegerehrungen für die 50m Freistilfinals der Frauen. Victory ceremony for the finals, 50m Freestyle women. Hierfür begrüßen wir noch einmal den Stadtrat für Jugend und Gesundheit vom Bezirk Neukölln, Herrn Falco Lieke. Und wir starten mit dem Finale in der Altersgruppe 2004-2005. Wir starten mit dem Victor Ceremony in der Age-Gruppe 2004 und 2005. In 3rd Place und Winner of the Bronze Medal, 3. Platz und Bronze Medaille in 29.57 vom Schwimmbezirk Nordwestfalen, Deutschland, Vivian Wilpa. 2nd Place und Winner of the Silver Medal, 2nd Place und Winner of the Silver Medal from Estonia in the time of 29.55 Sekunden. 1nd Place und Winner of the Gold Medal from Serbia in 28.57 Sekunden. Und Janna Markovic! Congratulations! Herzlichen Glückwunsch allen drei Damen! Victory Ceremonie, 50 Meter Freestyle Final, Age Group 2002-2003 Die Siegerehrung für die Altersklasse 2002 und 2003 Der dritte Platz bleibt frei, weil wir zwei zeitgleiche Zweite haben In 27,56 Sekunden Zweimal die Silbermedaille zu einem aus Deutschland von der SG Neukölln Berlin für Anne Helen Schulz Und auf dem gleichen Platz, zwei gleiche Zeit, ebenfalls aus Deutschland vom Schwimmbezirk der Gesten für Lilo Firkat Und der erste Platz, der winner of the gold medal, she comes from Greece, from Albatros Ionian in 27,38 Sekunden Nicoletta Magari Congratulations, einen herzlichen Glückwunsch den Damen Vielen Dank Siegerehrung für die Jahrgangswertung 2000 und 2001 Third place in winning of the bronze medal in 27.16 seconds From Sweden Representing the Södertälje SS Hilmar Ramden Second Zweiter gewinnerin der Silbermedaille vom Schwimmbezirk Dresden aus Deutschland in 26.81 Sekunden Alexandra Arlt Und die Gewinnerin First place and winner of the gold medal from the Czech Republic Representing Motorlet Praha in 25.91 seconds Barbora Simonanova Congratulations, herzlichen Glückwunsch Victory ceremony And winner of the bronze medal from Great Britain Representing the city of Manchester Aquatics in 25.89 seconds Rebecca Goy And winner of the silver medal from Belarus Representing the Stuttgart Startments in 25.78 seconds Nastasja Karukoskaya And first place and winner of the gold medal from Norway Representing Setamoneska in 25.71 seconds Suzanne Björnzen Congratulations Thank you Thank you So, eine kurze Information. Wir haben Schrankschlüssel und auch Hotelzimmerkarten.